so einen wunderschönen meine lieben leute meine lieben leute das ist auch eine begrüßung so wir haben in der letzten folge haben wir aus ordentlich gut abgeschnitten in sneaky missionen sneaky angelegenheiten bin ich immer noch voll gut voll von mir selbst überrascht dass wir das so relativ gut gemeistert haben relativ gut ich will es nicht angeben aber war schon oberklasse hauptstadt mädels okay hier waren wir schon überall hier war ich noch nicht naja gibt es nicht hier doch nicht dachte hier gibt es das geheimnis ja jetzt schrotflinte und doch mal ein bisschen ja gut okay dann gehen wir jetzt mal zurück ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht was wir hier machen müssen also schon aber notiz entführt den zug neu was wir haben einen zug finden hier raus bin ja gut okay wir müssen zug finden ganz was neues wo bin ich hier aha gut wir müssen definitiv hierhin um etwas zu machen tatsächlich gibt es hier noch mehr gut limit erreicht zeitung was stillstand am bau nachschubkrise bei beton durch produktions ausfälle waren wir das etwa bin ich bei kurz und briefe und alles aber das können wir jetzt nicht mit und natürlich wartet noch viel mehr auf mich ja ich hab's gemerkt okay die können wir ja aufladen das ist ja schon mal gut können wir auch mit der dings hier und tatsächlich beschießen da alter okay ich bin viel zu weit weg das ist sehr elegant aus intelligent freundchen du nicht so wo ist das scheiße da ist hier noch einer oh mein gott ich bin so so wo ist der nächste also er könnte immer aufhören zu schießen okay okay jetzt nur nicht versagen ja wahrscheinlich okay vielleicht sollte ich auf distanz bleiben ich weiß gar nicht was wir was nicht alle bekommen habe ich könnte kotzen als arena kommt so nicht mal kurz eine enigma gut haben wir schon ja da warten noch ganz andere leute auf mich und denen werden wir jetzt auch begegnen mit voller härte würde ich zuschlagen ich werde sie vernichten wenn ich jetzt wüsste wie ich da hinkomme ich weiß wie ich da hinkomme aber da komme ich irgendwie nicht mehr hin ich brauche mein gott ja leute wartet ich komme ich komme ich komme geduld entschuldigung war halt ein bisschen übereifrig musst du bitte sterben und sterben gut ich mache hier runter alter der one hittet mich okay 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 gut 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 ist gecheckt ich habe es verstanden ja ja wir machen das jetzt doch erstmal auf der schroth okay nicht berühren ja ich kriege ich auch immer noch alle fünf meter weil auch eine nadelstation oder jetzt gibt es natürlich gar keine einzelne ich habe ich jetzt keine ich bin noch ruhig ich bin noch ruhig wir schaffen das wir müssen halt nur ein bisschen taktischer vorgehen ich muss es nur gucken so was habe ich alles alter ist es nicht dein ernst ne so laser kraftwerk nein das war doch richtig schrotflinte wobei laser kraftwerk nee das wollte ich nicht sturmgewehr doppel sturmgewehr okay was auch immer ich bin ein bisschen verzweifelt ich soll ich als erstes mit denen hier ich habe das nicht gut ich bleibe lieber auf distanz glaube ich wer hat das schlau ich habe nichts mehr ich bin noch nicht ich bin noch nicht ich bin noch nicht ich möchte die folge unterschreiben müssen in dem ich bin so das hat voll energie so dass die drei vorgenommen die 45 ist was das dann hier ok ok der hat so gut wie gar nichts ich bin ja momentan echt ein bisschen überfordert muss ich ja zugeben so um wenn ich das auch zugebe aber aber wenn die doch alle kommen ist das was auch wenn wir jetzt hier oben und warten bis alle kommen so hier da bist du schon da und da kommt nichts ja wo seid ihr mit kleiner sparen ich habe keine gucken da kommen wieso bin ich jetzt hallo okay von hier können sie nicht kommen wo können sie noch kommen von hier ja toll okay hier ist ein bisschen zu viel ich bin ruhiger aus gründen ja nicht wundern hier war nichts okay ich schau einfach mal und hier lässt sich nichts machen kam die auch von da ich meine irgendwann ist ja auch gut so das heißt ich muss sie in der ladestation finden ja mit der kann jetzt aber nichts anfangen ja gut granate habe ich nicht mehr es scheint nicht so gut zu funktionieren oder kann ich von hier oben was ausrichten weniger da oh mein gott ich weiß gar nicht was ich machen soll so okay die schrotflinte ist geladen aber nicht großartig geladen okay pass auf ich laufe ich laufe ich laufe ich laufe ich laufe ich habe eine idee hier hinten nein hier hinten war es ja hier konnte ich doch irgendwo alter kommt hier was ladestation wieso habe ich keine ladestation mehr hier hier waren noch überall ladestationen hier ist eine ladestation ich hätte nichts mehr machen müssen ich bin sauer nicht so viele kisten Sonst merken sie, dass etwas nicht stimmt. Ja, klar. Die versorgen die U-Boote des Regimes in Europa mit Torpedos. Verstecken sie sich in diesem Torpedo hier. Mord schmuggelt ihn ins Hauptlager. Und sie wachen in einem U-Boot wieder auf. Wenn das U-Boot uns gehört, fahren wir damit zu Sets verstecken. Da sind Matrosen in die quere Torpedos. Bing, bing, gute Nacht. Na los, Mann. Ich fick das Schwein und du hältst die Rohren. Okay, Johnny. Dann mal rein in den Torpedo. Wenn sie an Bord des U-Boot sind, bringen sie dieses Ding in den Funkraum und lassen sie die Antennenboje steigen. Wir brauchen Funkkontakt. Bezaubernd. In der Dunkelheit verschwinden die Träume. Sie sind weit weg. Im Moment vermisse ich nur das Licht. Wow, Alter. Na, hier will echt keiner sein, ne? Na klar. Vor allem, ich hab echt alles Ammunitionen verballert, ne? Ich hab echt alles Ammunitionen verballert. Das ärgert mich schon. Ein bisschen muss ich ja gestehen. Soll total unnötig, ne? Hallo. 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 Nein, 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 nein. Du hast mich nicht gesehen. Shh, 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 shh. Okay, bitte, bitte, bitte. Okay, bis jetzt klappt das noch, ne? Oh mein Gott. Okay. Nein. Wo bin ich? Ich bin nicht hier oben. Ganz ruhig. Ich war niemals hier. Oh mein Gott. Hab ich mich jetzt verjagt. Gut, das war jetzt, äh, doch relativ gut. Boah, ärgere ich mich noch immer. Ich hab vorhin alles verballert. Umsonst. Bin ich nun wieder ein bisschen ausgerüsteter? Ah, ja, nicht wirklich, ne? Na gut, okay. Nehmen wir das Messer. Okay, Torpedoraum. Okay, Abmarsch. Das sieht schon mal sehr gut aus. 160 Gesundheit. Und weiter geht's. Das kann ja schon schief gehen, ne? Ja, ist nicht mehr lang. Oh mein Gott. Schreißen so rum. Okay, okay, okay. Warte. Ist klar. Mein Gott. Oh, der liegt mal Fragment. Genau das, was ich jetzt brauche. Oh, ein Wurfmesser. Hallo. So, mal gucken, gibt es hier irgendwas Schönes zu entdecken? Ja, Granaten. Aha, aha. Wieder eine Zeitung, die ich nicht lesen kann. Schade eigentlich. Hä, wer war halt geschossen? Wer? Ah, halt. Entschuldigung. Ich entschuldige mich, nachdem ich die Leute erschossen habe. Das klingt, äh, ja, legit. Ähm, 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 nein. Ich will nicht, ich will nicht. Oder will ich? Na, komm schon. Marsch. Ah. Liebe Leute, das werden wir ausräubern, aber erst in der nächsten Folge. Ja, diese Folge heute war ein bisschen, ein bisschen chaotisch. Ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe. Aber noch im Rahmen des, ne, des Ertragbaren, hoffe ich. Ähm, ja. Danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Und bis dahin, genießt den Tag. Und, äh, bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.